Hallo und Willkommen zum zweiten Akt des zweiten Aktes. Und zwar haben wir heute auf dem Plan, mehr über das Turnier zu erfahren. Du weißt bereits, dass es andere Verbande gibt, die in diesen Ländern leben. Viele von ihnen handeln nur in ihrem eigenen Interesse und werden dich daher ohne Vorwarnung angreifen. Einige von ihnen könnten uns jedoch bei der Ausbildung hilflich sein, helfen. Ich habe gehört, dass Verbande manchmal bis zum Tode kämpfen. Ich markiere den Aufenthaltsort der Person, die diese Kämpfe organisiert, auf einer Karte. Kehre nur siegerecht zurück. Das hört sich gefährlich an. Deswegen habe ich jetzt mal die Level 2 Kleidung angezogen. Also nicht die einfachste, sondern die darauf kommt. Habe mir zwei Einhandschwerter gebaut und noch eins, was sich zu liegen hat. Und ich nehme mir mal ein paar Honigfässer mit, um nicht wieder am Ende mit zu wenig dazustehen. Wie ja schon passiert. So, haben wir hier ein ausgeschlafenes Tierchen. Ja, haben wir. Und dann haben wir mal die Tewa mit. So. Auf geht die Reise. Wo sollen wir, wo sollen wir, wo sollen wir, da sollen wir. Kampfclub. Laufe, 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 laufe. So. Und aus. Hallo. Eieiei. Das wird lustig. Nicht schlecht. Ich werde mal die Bären aufsammeln. Hallo, jemand zu Hause? Nein, niemand zu Hause. Irgendwelche Geschenke. Okay. So. Achso. Da gebe ich. Okay. 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 Nichts zu holen. Schauen wir mal, was hier los ist. Ah ja, da steht sogar wer. Haust du mich auch um? Genug. Ah, ich gebe auf. Na, das hört sich doch gut an. Du hast zuerst deine Waffe erhoben. Sind alle hier so halt gefällt. Die meisten sind es. Auf diese Weise ist es sicherer. Was willst du hier? Ich weiß von dem Turnier. Ich will mitmachen. Deshalb bist du also hier. Denkst du, du kannst damit umgehen? Ich meine, du kämpfst ziemlich gut. Ich schätze, es ist ein Rückkampf wert. Geh nach Hause. Ich schicke einen Raben mit Anweisungen. Als Belohnung dafür, dass du mich besiegt hast, nimm dir etwas aus der Truhe hier. In Ordnung. Das tue ich gerne. Mal gucken, was er drin hat. Maret Satko. Satuk. Oh je, das ist ja ein Name. Na komm, die muss ja spannend sein. Och Göttchen, ne. Okay. Soviel dazu. Tun wir, was er befiehlt. Wir gehen nach Hause. So. Normalerweise ist es nicht so einfach, am Turnier teilzunehmen. Aber du hast dich in unserem Kampf bewährt. Also mache ich eine Ausnahme. Wettbewerber können kämpfen nur am gegenseitigen Einvernehmen. Wir mögen bis zum Tode kämpfen. Aber wir respektieren uns gegenseitig. Wir sind keine Mörder. Wir greifen keine Menschen von hinten an, wenn sie es nicht erwarten. Wenn du auf solche Kerle stößt, beweise ihnen, dass es eine schlechte Idee war, dich überhaupt anzugreifen. Melde dich, wenn du dich um einige solcher gewissenlosen Seelen gekümmert hast. Das habe ich bereits mehrfach getan. Respekt, wem Respekt gebührt. Du kannst jetzt am Turnier teilnehmen. Vor dir liegen drei Kämpfe. Besiege jeden deiner Gegner und du wirst zum Champion der Arena der Toten ernannt. Und erhältst auch einen Preis. Ich habe eine Karte mit den Koordinaten unseres Lagers geschickt. Bring deine beste Ausrüstung mit, die du sie... Mit? Du stehst vor schweren Kämpfen. Okay. Meine beste Ausrüstung. Naja. Probieren wir es doch mal. Mit einer mittelmäßigen Ausrüstung. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich will kämpfen. Nenn mir die Regeln. Du musst drei Gegner besiegen. Der Kampf darf nur innerhalb des Steinrings stattfinden. Verlasse den Kreis und du verlierst. Stirb und du verlierst. Der Sieger gewinnt einen Titel und einen Preis. Das sind alle Regeln der Arena der Toten. Betrete den Preis und los geht's. Puh. Ich bin gespannt. Was Schlimmes. Ich kann nicht mal rausgehen. Um mich zu heilen. Aber doch, das geht. Oh. Waffe wäre natürlich nicht übel. Der ist schon ein bisschen stärker. Huh. Also, der letzte war etwas stärker. Das mit den Honigfässern war eine sehr gute Idee. Okay. Gut gemacht. Die Arena der Toten hat einen neuen Champion. Und natürlich dein Preis. Nimm ihn aus dieser Truhe. Okay. Okay. Spannung. Oh ja. Ein guter Falkion. Ein paar genietete Stiefel. Naja gut. Das Ding hier ist jetzt nicht, gehört nicht zu meinen Favoriten. Gut. Kleines Resümee. Mit dieser Level 2 Rüstung. Funktioniert super. Könnte auch mit der einfachen klappen. Wenn ihr euch, wie gesagt, noch Honigfässer mitnehmt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich gebraucht habe. Eins, zwei, vier, fünfe, schätze ich mal. Und das einhändige Schwert, also eins insgesamt, denke ich mal, braucht ihr. Ich hatte ja noch ein angefangenes. Damit ist das Ganze auf jeden Fall zu bewältigen. Würde ich mal sagen. Jo. Dann sehen wir uns gleich in der Base. So, da sind wir wieder. Und holen uns unsere Belohnung. Wir haben mehr Platz für eine Belohnung. Und zack. So. Was blinkt denn hier alles? Meine Güte. An den Orden beitreten. Aha. Okay. Hast du dich jemals gefragt, warum du immer neben deinem Haus aufwachst? Deine Seele wird an den Ort deines ersten körperlichen Todes zurückgeholt. Du bist für immer damit verbunden. Da dies für alle Ewigkeit dein Zuhause bleiben wird, solltest du es wahrscheinlich zu einem schöneren Ort zum Leben machen. Warum fertigst du dir nicht eine Matte an? Es ist besser, als auf dem Boden zu schlafen. Jo. Die Matte habe ich. Da hole ich mir doch meine Riemen. So. Es ist an der Zeit, dich um den Schutz deines Hauses vor unerwünschten Gästen zu kümmern. Versuche ein paar Fähle zu fertigen und sie um dein Zuhause herum aufzustellen. Dies wird dazu beitragen, dass deine wertvolle Funde sicher sind. Auch das habe ich erledigt. So. Dein Zuhause ist der wichtigste Ort, den du verteidigen musst. Verstärke deine Wände und baue neue Geräte. In einem besser ausgestatteten Schloss kannst du schneller Fleisch braten und mehrere Gartenbeete anlegen. Auch das habe ich getan. Oh, sieben Bronze Bahn, liebster Belohnung. Das ist natürlich was Feines. So. Du kennst mich nicht, aber ich bitte dich, meinen Brief aufmerksam zu lesen. Mein Name ist Sebastian Kerr. Ich bin der Kommandant des Ordens der Schala Roten Engel. Ich befahl Rupert, dich aus der Stadt zu begleiten. Rupert ist nicht zurückgekommen und ich dachte, ihr werdet beide tot. Ich bin froh, dass ich mich geirrt habe. Leider habe ich von dem Freund erfahren, mit dem du in Kontakt stehst. Er ist nicht der Mann, für den du ihn hältst. Du musst mir nicht glauben. Geh und finde den wandernden Händler. Fragen Sie sie nach den Befehlen, die Sie in Robins Versteck gefunden haben. Okay. Das ist doch eine schöne Aufgabe fürs nächste Mal. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen auch für etwas noch nicht so weit, also in dem Level noch nicht so weit seid, dass ich euch da vielleicht ein bisschen was mit auf den Weg geben konnte mit dem einhändigen Schwert, weil das könnt ihr relativ zeitig bauen und diese Ressourcen müsst ihr halt immer sammeln, damit ihr das auch sammeln und herstellen, damit ihr die Schwerter, Schwert und Dolch sind immer das, was ich sogar mit meinem Level 75 immer noch gerne verwende. Die großen Sachen nehme ich dann lieber für den, fürs Verlies oder für wirklich schwere Events und Gegner nachher. Gut. Ich bedanke mich wie üblich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.